Hallöchen und willkommen zurück beim Landwirt aus Simulator 2013. Und weiter geht's wieder. Moin! Oh, Tag. Moin. Du, Agrar, schau, dass du einen Meter gewinnst. Mit unserer... Uah! Du hast doch da. Mit unseren fleißigen Helfern und auch im Weg stehenden Helfern. Ja. Agrar, beweg deinen Arsch wieder zum Schlepper und stell ihn weg hier. Ja. Aber schleunigst. Ich bin zum Abdingsen. Ja, ich komm schon, aber wenn Agrar da im Weg steht. Ja, dann lass dir das ganze Fahrzeug immer im Weg stehen. Ja. Nicht am Feldrand, sondern es gehört zum Hof. Ja, ich muss ja wohl erstmal zum Feldweg gelangen, um dann zum Hof fahren zu können, oder nicht? Ah, ja. Ja, ist das so. Hey, aufbanken, weil ich jetzt fahren darf. Ja, ich bin, ich wollte da stehen bleiben. Geben. Ich mit meinen Kramer ja noch schneller. Schon schwer, so mit zwei Hängern, ne? Warte, bleib stehen. So. So, ist das Feld jetzt fertig? Dann geh ich zum anderen. Jo. So. Na, das bist du auch noch zum Entleeren, oder? Ja, ich komm jetzt von der anderen Seite. Geht ja nicht ganz anders. Ja. Warten. Bitte auf die Seite. Ich bin ja schon fertig. Okay. So eine Sehmaschine, doof auf dem Weg. Bleib stehen! Stopp! Wie mach ich denn die Rundumleuchte eigentlich? Akraaa. Boss 1. Was? Man fährt auf dem Weg. Mach ich doch gerade. Nein, machst du nicht. Kannst du da benimmst, oder du kannst da gehen? Doch, hundertprozentig. Ne, hast du nicht. Bin auf dem Weg? Ne, ich hab dich genau gesehen, und das ist im Video drin, das ist das Beweis. Ja, hundertprozentig bin ich jetzt auf dem Weg. Und wenn dich nicht benimmst, dann kannst du da gehen. Genau. Weil die Kinder spielen hier und bauen wir hier nicht. So, das was hier jetzt noch ist Weizen, ne? Ja, genau. Okay. Ja, das Licht auch nicht vergessen. Wir spielen eigentlich alle ohne Licht. Damit es nicht so stockt. Eigentlich. Aber. Aber egal. Wir können ja jetzt im Kreis fahren, ich komme jetzt auf der zweiten Spur. Wie im Kreis, auf der zweiten Spur? Ne, ich folge dir jetzt und dann kannst du ja andere Seite schon weiter fahren. Ja. Wir können einfach andere Seite wieder nach unten. Genau. Achso. Ne, ich bin jetzt auf der Außenseite. Ja, darf einfach wieder nach unten. Fertig. Im Kreis. Der kann, äh, nicht mehr abgekackt werden. Der kann Eckschwefti mich. Ja. Ja, ja, ja. Ja, du. Ja, dann stupst du mich. Hey, ich bin schwerer. Ja. Ja. Mit dir nicht auf. So. Puh. Ich will, dass sie nicht gehört, oder? Ja. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Hä? Was? Mein Akkab, wo wir besser nicht helfen. Ja. So. Ich sehe bei mir. Jemand reingekommen. Ja, wir haben es gehört. Mhm. Oh. Haha. Aber es geht gar nichts aus einem Kündigungsgrund. Glaub ich dir. Ich verschwinde jetzt auch. So langsam, oder? Wann ist die Folge zu Ende? Wie haben sie gerade angefangen neu? 15 Minuten. Ja, dann verabschiede ich mich hier vorzeitig. Schlepper in den Halle stellen, ne? Ist vergessen. Ok, mach ich das noch. Auch schön vollgetankt. Schleppmaschine auch schön voll. Mötige erhoffen. Mötige erhoffen. Hat der nächste auch schön fisch. Das ist Zucht und Ordnung. Hm. Genau. Ackerhüpfer immer noch nicht da, oder? Da ist eingeschlafen. Ob die Leute stecken geblieben oder so? Ja, der ist glaub ich im Feld eingeschlafen. Tschüss und schönen Abend noch. Schönen Tag noch. Okay, Epois. Tschüss. Tschüss. Ey, was wird denn da da zusammen? Entschuldigung. Hab eben nicht aufgepasst. User disconnected from your channel. Das war ne alte Angewohnheit eben. Ja, das hat's ja jetzt gebracht. Ja. Habt ihr dabei sein? Ey! Tschuldigung. Das heißt Tschuldigung. Tschuldigung. Äh... Tschuldigung. Okay, wir nehmen hier. Wo ist denn eigentlich mein... mein... Barney? Ist der dahin? Der ist hier ganz alleine hinten in der Ecke. Ja, ja. Ich hab da fertig gegrubbert, deswegen... Der sitzt in der Ecke und heult. Ja, im nächsten Feld. Das war dein Freund ein Mörder. Ja, tut mir leid. Sache, alte Angewohnheit. Ich fall mal im Kreis. Ey! 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 Ich kann nicht... Ich kann nicht stehen bleiben. Schlimm, schlimm, dieser Eckschwäff da. Ey! Wenn man das nachverfolgt, sieht man, dass du in dich reingefahren bist. Aber egal. Egal. Ich hab keine Bremse. Was hab ich nie gelernt? Bremsen. Und wie viele Leute seid ihr da hinten jetzt auf dem Feld? Hier. Hier! 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 Zwei mehr Trash, einer legt ab und ich grubber direkt hinterher. Also geht's wenigstens voran? genau ja und ich als einziger hier mit so einer kleinen sehmaschine großes welt da müssen wir mal zusehen dass wir mal eine vernünftige sehmaschine kriegen ja der gefahr ein bisschen langsamer dann kann ich die abtanken naja können wir als nächstes mal eine größere sehmaschine kaufen hey ich bin so ein riesen sehmaschine ja das wird ja eine sehmaschine können wir uns da nicht bald mal leisten oder 370.000 ja da geht sich da schnell aus aber eine vernünftige wenn dann ja wir hatten doch einen großen traktor ja dann müssen wir aber den traktor benutzen dann musst du den von links nehmen holst du meinen ich will kuppern da kann ich ja wohl mit kohler sein nein nur schlepper tauschen halt ja weil da braucht eine stärkere wenn eine große sehmaschine hast dann braucht eine sehmaschine es gibt ja diesen dx9 oder wie die da heißen die rote warte mal kurz schauen wir gleich mal wie kannst du mich auch ne ne nix schauen du musst dich abladen sehmaschine die kannst du mich auch äh mit einem kleinen traktor ziehen 88 wie viel haben wir 73 ja 88.000 dann kaufen wir den hoher sprinter 8 mit 8 meter ach das ist gut ja ich muss aufladen gehen da muss einer anderen mit einem anderen schlepper holen es geht hier voll voran warum ist Acker nicht da dann gehts voran ne ich bin voll ja ich kann dich nicht abladen ich bin voll ich fahr noch ne runter damit wir uns die sehmaschine nicht leisten können ich komm schon ich komm schon hilfe so da waren wir zu müde wieder na 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 ist jemand müde ne er ist vorgetäuscht täuschen und taunen tannen und täuschen wir täuschen und taunen täuschen wir täuschen und taunen wie immer genau wir täuschen uns um zu täuschen wir täuschen uns wir werden uns taunen genau ich find das bei den schleppern nur so genial dass die vorne eine Federung haben überhaupt eine Federung haben welche ja jeder schlepper hat vorne die Reifen sind gefedert habe ich aber bei noch keinem schlepper gezielt ein zu laufen ey bei der kleinen fehl trillikum du du das blöd brauchst ja äh das Feld ist fertig halt stehen bleiben an was mangelt das jetzt uns an deiner Sehmaschine oder ne größere auch zum Fall vom Grubbern her passt das oder ja so ja der kann auch ein größerer sein da hab ich nix mehr ja aber es geht sie aus halt dass man schön nachkommt ja ja der Benzin halt nicht ja das ist hier natürlich der Kolja der kommt nicht hinterher ja nie ist klar willst du dem jetzt ein paar Kisten hinscheln wenn nicht schneller leer wie alles andere ey schau was viele hier aufführt auf der Seite was ist da mit das kannst du ja auch gleich mit grubbern wo Ja, das, wo du gerade drüber fährst und das auf der Seite da, da sieht ja schier aus. Ich kluppe alles. Ja, da auf der Seite, da beim Weg, da das Weizen, was noch am Boden liegt, das kannst du mitnehmen. Das sieht schier aus. Außerhalb von... Schier aus. Jetzt solltest du genug Geld haben, oder? Pflasten. 87.000. Ja, dann verkauf die alte Sähmaschine eine. Dann kauf eine große. Verkauf die ganz alte, die Anfangs-Sähmaschine. Genau. Ja, kein Stress langsam. Diese Amazon D1. Genau. Verkaufen. Und dann kaufst du die Horsch Sprinter 8 SD. Horsch? Um 88.000. Horsch Sprinter 8 SD. Cool, ja, ich hol die Sähmaschine ab. Hab ich. Ja, mach mal. Waaah. Wie viel ist jetzt übrig geblieben? 1236. Einmal befüllen reicht das nicht. Nee, doch, das reicht. Ab durch Guck, damit die blöden Hänger da rum... Wo muss ich das Ding holen? Beim Shop. Ach, ich wollte gerade sagen, ich kann sie ja hinten dazu hängen, aber geht ja nicht. Aber hier hat sie ja Hänger dran. Kann sie leider nicht an Hänger anschließen. So hätte ich sie dann mitgenommen. Gibt das hier schon? Du musst Richtung zu mir fahren. Nee. Oh, das Feld ist auch schon bald wieder fertig hier. Ja, ich hab die Zeit ein bisschen hochgestellt, also es geht nix. Ich stelle die mal wieder runter. Fast ist meine Sähmaschine, Junge, Junge. Haha. Fast die größte, neun Meter, ich glaube die größte, was es gibt, ne? Hm. Jupp, neun Meter ist das größte. So. Da, ja, na, na, na. Einen guten Gruber, dann geht's rund. Ja. Alter Schwede. Run der zweite Mieträrscher. Aber bitte denn Gruber mit Frontgrupper und Hackergrupper. Warum? Warum, das bringt ja gar nichts. Doch, dann kann man gut, ähm, ausgleichen, was man vorher vermorkst hat. Jetzt hast du gleich eine Sämaschine mal verleilt. Oh ja. Tja, jetzt können wir nur warten. Wer fährt mit der kleinen Sehmaschine überhaupt? Der ganz kleinen kann ich noch. Wer soll denn fahren noch? Die ist ja jetzt weg. Ne, mit der anderen Sehmaschine, mit der kleinen. Das fahr ich jetzt im Moment noch. Ja, dann komm mal her, ich hab... Gibt's tauschen? Ich brauch aber deinen Traktor für den Grupper. Erwarte eben die Line noch zu Ende ziehen. Sau, ey. Müsste, dass das kommt. Jetzt müssen wir uns abgeben werden. Du, was ist hier auf die Fälle? Die ist ja schon gesät, ne? Ja, die Sehmaschine kommt hier. Jetzt geht's gleich los. Freunde der Nacht und Freunde der Augenringe. Gleich geht's los. Ja, aber vergiss sie nicht, befüllen. Ja, das muss ja Kolja machen, nicht ich? Ich warte jetzt auf Kolja seinen Schlepper, damit ich hier... Warte mal, warum auf Kolja seinen Schlepper? Die kommt schon. Damit ich grüppern kann weiter. Ach so. Du. Weil er die riesen Sehmaschine in der Länge hat. Ja, ja. Hast schon, hast schon, verstehe ich. Ich hab's auch gesagt. Lass mich laufen. Die kleine Sehmaschine kann man ja auch weg. Ist nie jetzt schneller los. Den was, den was. Die kleine Sehmaschine kann man ja auch schon verkaufen. Eigentlich schon, ja. Wie viel kriegen wir denn für die raus? Was? Immerhin 5700, die kann ich verkaufen. Jetzt haben wir genau 1111. Was soll ich verkaufen? Die kleine Sehmaschine. Die um 11000. Die Amazon ja auch verkaufen. Ja. Aber... Aber das Ganze dann auch... Hier, dann hängen die auch vorne. Lass das Ding, den Dünger vorne dran hängen. Ach nee. Du musst ja an den anderen dran hängen, ja. Genau. Ach, schön. So, und die nächste Folge ist auch schon wieder um. Okay. Dann bis zur nächsten. Bis zur nächsten. Juuu. Tschüss!